Herzlich Willkommen zur Regiomess vom 20. bis 22. Oktober auf dem BZZ Areal in Zoffingen. Kommen Sie vorbei und genießen Sie unseren Rundgang mit über 110 Ausstellern und einem attraktiven Rahmenprogramm für Gross und Klein. Qualifikationswettkämpfe der Halshauer, actionreiche Shows mit Athleten von Timbersports, beeindruckende Kunst am Holz mit dem Lucacen, oder der Schweizer Sonntag für Gross und Klein mit einem feinen Sonntagsbrunch Schnupperschwingen mit den Jung- und Aktivschwingen aus Zoffingen sowie dem Starrgast Patrick Krebmatter und den Urkeli Fäger. Für die kulinarischen Highlights sorgt die Gastregion Andermatt-Zedrun. Geniessen Sie Bündner- und Urnerspezialitäten im Messerestaurant.